Das ist eine ganz normale Kreditkarte. Sie wiegt etwa 5 Gramm. 5 Gramm Mikro- oder Nanoplastik, also mini kleine Plastikpartikel, die nur bis zu 0,002 Millimeter groß oder besser klein sind, schleust jeder von uns in der Woche durch seinen Körper. Also so viel wie diese Kreditkarte in der Woche Das sind Angaben der Medizinischen Fakultät der Universität Wien. Mikroplastik gelangt durch Nahrung, Trinkwasser, Kosmetik oder durch bloßes Atmen in unseren Organismus. Eine andere, brandneue Studie der Columbia University aus diesem Jahr weist darauf hin, dass Wasser aus Plastikflaschen weit mehr mit Plastikpartikeln belastet ist als bisher angenommen. Die Forscher bedienten sich einer ganz neuen Untersuchungstechnik, die auch Nano, also Kleinstteilchen, nachweisen kann. Schockierendes Ergebnis, sie fanden in einem Liter Wasser aus einer Plastikflasche bis zu 240.000 Teilchen Nanoplastikpartikel. Am häufigsten taucht er eine Substanz auf, die uns natürlich nicht unbekannt ist, den Kunststoff, Achtung, jetzt kommt ein Zungenbrecher, Polyethylen-Terephthalat oder kurz PET. PET in Flaschen also, das verrät ja schon der Name PET-Flasche. PET in Flaschen